herzlich willkommen zu einer weiteren folge roth in der folge 50 und wir haben hier ein problem umstehen zwei züge und hier steht ein zuch der keine ahnung hat wo er hin will und scheint hat sich hier die die dafür geändert oder hin will also und wir sitzen die dahin und jetzt haben wir hier das der trend perfekt effekt genau jetzt auf dem system haben zumindest in eine richtung sagt auf alles was wir haben so langsam befindet sich hier auch ja es sieht so anders aus so alles ist und gut oder geld oben es ist alles blau und rosa lila also was wir haben einen neuen kontrakt ganz oben das geht der geht redrich straße da müssen wir mal runter aus könnte man sogar fast schon realisieren es fehlt nur noch die freigabe von allen wahrenhöfen da können wir durch gleis 7 hätte sogar kapazität dann müssen wir hier die durch wird verifizieren das 6 ist frei das und ab da ist es dann eigentlich egal weil da noch nicht keine zucht drauf fährt also eben wir nehmen hatte ich möchte jetzt einmal eben hier wann sie checken wird es da also redrich straße wann er sehen da ist 1 go 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 sage ich zumindest fürs erste mal dass du einfach daraus gehst jetzt bin ich gespannt 6 ab da steht es drin da ist das nicht wir brauchen wir die drei wann sich die trenne und zog fährt runter fährt daran und fährt nur mit 120 eben durch die landschaft immerhin akzeptieren da war ja kein pferd jetzt habe ich hier das kann nur eine stunde voraussehen dass das ist der hier dann ist es der hier ich bin gespannt also ich bin wirklich gespannt wie das abläuft ob ich intervenieren muss oder das gleiche also alles was nach wann sie möchte möchte ich bitte nach ich sollte erstmal das auto singen alles was nach wann sie möchte möchte nach klasse 6 danke das löst schon mal dass weg das da ist der zog der zog fährt immer um 9 stunde um 09 ein nichts rotes und ich stimme dafür sorgen dass der zog die möglichkeit hat 200 durch die landschaft waren also wird aus eigentlich 200 durch geht wenn auf dem eckel kleist bleiben würde um 09 kommt dazu bis dahin ein bahnsteig jetzt könnte ich ein bahnstecher setzen ich war da einfach mal eben durch 40.000 und 40.000 um so gleich kommt der zog nehme diesen zog mit also als nächstes bremste schon mal ab auf 80 und fährt hier in die reihen bremst hier ein der zog steht jetzt der zog hält ich schwule vor und war ist da jetzt fährt der zog los jetzt ehrlich diese fahrstrasse ein für sich und der fährt 200 vorerst denken das ist spätestens hier probleme geben wird ich halte mich bereit dass sie mal selbst zu setzen 80 und er fährt durch die reiche sagte ich mir da geht es dann selbst dann einmal einen routing sensor wenn möglich ich sag hier und hier wir würden kontrollieren das signal und gucken ob der zog nach wann sie möchte dann geht er durch das 3 eben das selbe signal wenn er nach wann sie möchte dann geht er durch das 3 und jetzt läuft der zog auch automatisch vorleben herstraße wo haben wir die da oben gesundbronn geht nach da wir haben wir haben eine verbindung und oben aber nicht nach oben und daher kann ich tempelhof nach schatten naja geht es sind wohnen platz bald 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 alles 80 was da das 80 ich wir müssen hier oben nach potsdamer platz 2 ok kann jetzt schon mal plan wieder zu fahren soll also der zog nach platz vom gesundbronn fährt dann fährt er da lang wird er hier rüber genommen nach klasse 4 fährt er durch ich würde sagen da ist 5 als einfahrt dann raus und dann am potsdamer platz nach südkos nach südkos nach südkos ansonsten ist es dieser autoblog dann geht er zurück ok und brunn ist hier oben dann geht es da lang und dann geht er da wieder zurück also zack 2 und dann bin sehr interessiert stöne moment nur ich weiß dass nichts passiert passieren kann kann ich dir auch ausmachen mit sie nicht so stören wann sie her straße dann 3.000 mache ich auch noch noch nirgendwo und jetzt ich warte einfach mal um 0.9 kommt da wieder das ja alles gut nein weil ich dir ein dann soll das immer so und von Heidelberger Platz ich lasse das mal weg äh, wir sind von Berlin nein danke ich bin gespannt was der Zug danach macht ja das war ich ja auch noch, weil es mich gerade sehr interessiert was macht der Zug da gleich nach 35 Minuten kann ich irgendwas ändern ich kann ja mal gucken was ähm ich verfolge wieder unseren Zug jetzt wirklich wenn er empelhof und hier ich die möglichkeit hochzukommen jetzt spielen und ich bin ich bin dafür wie gibt es Ah, hier. Dank. Da fährt er dann 20, wenn er jetzt wieder... Da kann er dann schon bei 100 noch 14 Minuten. So sieht 200 in einfacher Geschwindigkeit aus. Irgendwie sieht es langsam aus. 11.900... Trick für seine eigenen... für die eigene Höhe... für die eigene... bei seinem Geld. So. Letzte Minuten für den Entzug. Und was passiert dann mit dem? Noch 9 Minuten. 11. 11. 11. 11. 12. 12. 14. 14. ああa... 14... 15. 15. 15. 15. 16. 16.